So, da bin ich wieder. Kommen wir gerade aus der Hülle raus. Ich war jetzt echt im Überlegen, ob ich nochmal rübergehe zu diesem Shotgun Store. Was ist für mich jetzt gerade wichtiger? Noch Iron Bars herzustellen? Der kann weg. Eigentlich wäre es für mich wichtiger, mir jetzt noch Iron Bars herzustellen, die ich dann um die Mauer... Ja, das mache ich. Ich sollte jetzt anfangen zu schmieden. Das ist wild, nehme ich aber noch gerne mit. Weil da drüben ist ja wahrscheinlich schon ein Respawn in dem Shotgun Store und in dem Werkzeugladen. Das können wir uns ein andermal angucken. Da drüben hängen drei Zombies rum. Okay. Ne, ich glaube, das macht wenig Sinn. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Die Hülle da ist auch jetzt nicht so interessant für mich. Clay, ja, für Ziegel. Ich arbeite ja ab sofort mit Beton. Ich nehme auch nichts anderes mehr. Ich habe eigentlich genug Ressourcen, um mir Beton zu holen. Und ich habe jetzt schon wieder einiges in Iron Ohr, ein bisschen Potassium habe ich noch eingesammelt. Und da ging es hinter dem Eisen fing jetzt mit Potassium weiter an. Da, wo ich mich vor ein paar Folgen hier mit Woodframes runtergebaut hatte oder eingebaut hatte. Ergiebige Stelle. Da ist jetzt aber auch irgendwie kein Eisen mehr. Das heißt, ich muss mir dann in Zukunft mal andere Stellen holen. Damit mir das hier nicht gleich nochmal passiert. Was kann denn hier mal weg? Der Stein kann weg. Und die können doch noch decken. So, passt doch. Es ist keine, nicht die beste Idee, Forges in dem eigenen Haus aufzustellen. Ist mir jetzt aber auch sowas von scheißegal. Das passiert mir nicht nochmal. Aber garantiert passiert mir das nicht wieder. Das darf ja gar nicht sein. Sowas. Finde ich übel, dass die mir die Forge weggehauen haben. Ist nicht schön. Bin ich eine ganz üble Sache. Und überrascht mich auch. Ich habe das auch in anderen Seven Days Folgen in Alpha 10 ja auch schon so praktiziert. Vielleicht habe ich da immer immer Glück gehabt. Anders kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen. da ist mir sowas nie passiert. Iron ingot mold kleine steine brauche ich habe ich packen wir hier mal ein bisschen was weg. Genau. So, Sticks. Forge. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass ich mir hier drin Schmieden aufstelle. Aber was soll es denn? Es geht ja nicht anders. Was soll es? Dann feuern wir hier mal jetzt kräftig an. Dann kann ich es auch nicht ändern. Dann lebe ich halt hier gefährlich. Aber ich brauche das Metall. So. Dann packen wir hier das Led rein. 12 Uhr. Okay. Wollen wir gucken was da draus machen. 6. Da ist die Ironing gold mold. Und dann wollen wir doch mal das passt ja zeitlich ganz gut. Muss ich rechtzeitig rausnehmen. weil bevor die Nachtraude kommt möchte ich möchte ich die mold wieder stoppen. Okay. Jetzt gerade kann ich hier gar nichts Gescheites noch machen. Das wirft mich jetzt gerade so ein bisschen wieder zurück. Ich könnte mir hier schon mal Iron Bars machen. Wie viel gibt denn das? Achte. Acht sind jetzt auch nicht wirklich viele. Acht sind nicht wirklich der Birner. Das packe ich mal weg. Ich könnte mal eben runter gehen und nochmal ein paar davon aufwerten. Das könnte ich tun. Ein paar von denen. Genau. Das mache ich mal. Shotgunschuss habe ich genug. Ich könnte mir auch mal eben ein bisschen Heu besorgen. Und ich muss damit rechnen, dass da gleich wieder Spyder aufkommen. Die muss ich schnellstmöglich wegsnipern. Wenn es irgendwie geht. Mit Spyder muss ich rechnen. Ach, ich habe doch noch theoretisch oben so viel. Krass. Aber Heuballen wäre vielleicht auch nicht so die schlechteste Idee. Als Notausgang. Was mache ich denn hier? So, okay. Moment, was heißt denn Heu? Heu ist... Ne. Was war denn Heu? Nochmal. Wie heißt es denn? Sauteable. Gut, da können wir noch mal ein bisschen weitermachen hier. Nehmen wir das hier mal weg. Aber der Gedanke von oben runter springen zu können, der fehlt mir schon ganz gut. Dann stellen wir uns mal 5 Heuball her. Ja, das muss reichen. Von wo könnte ich denn... Ich könnte von nirgendwo richtig runter springen jetzt, ne? So wie ich es jetzt gebaut habe, ist das nicht mehr machbar, ne? Nö. Ne, nicht wirklich. Ich könnte hier von nirgendwo runter springen. Außer von hier. Und das ist nicht so hoch, dass ich mir irgendwas brechen würde. Dann spare ich mir das. Ja, dann will ich mir das mit den Heuballen sparen, denke ich mir. Aber ich kann die paar Ironbras könnte ich anbringen, die ich hier habe. So, da kommt da einer ran. Da kommt einer ran als Schutz gegen Spiders. Da kommt zwei ran. Da könnte ich mal gucken, ob das vielleicht gar nicht so die schlechte Idee ist, dass ich hier... Komme ich da hin? Ja. Ja, und jetzt bräuchte ich mehr davon. Jetzt habe ich leider zu wenig. Kann ich die Fackel aufnehmen? Ja, die Fackel kann ich nehmen. Fünf. So. Den einen können wir da ja schon mal ransetzen. Hm. Naja, und das muss jetzt dann irgendwie für morgen halten. Also in der nächsten Nacht kommen sie hier definitiv. Mann, ich habe echt Glück gehabt mit den Hunden. Die hätten ja wirklich schon kommen können. das wächst auch alles schön vor sich hin. Könnte ich ernten? Habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Was macht denn mein Metall da oben? Wie viel ist denn davon schon fertig? Da können wir nochmal eben nach gucken. Vielleicht ist da ja schon genug Metall bei, dass wir schon mal anfangen können, ein bisschen was zu craften. Ansonsten werde ich die Schmiede jetzt Tag und Nacht laufen lassen müssen. Na komm, zwölf, das ist ja ein Witz hier. Das ist ja nix, ne? Das ist ja wirklich nichts. Okay, dann wieder mal runter. Habe jetzt vergessen unten die hier. Die beiden rein müssen erstmal rein. Ich packe jetzt noch die 24 Scrap Metal, die ich hier habe, da in die Spikes und dann muss das reichen als Absicherung. Vorsicht. Nehmen wir die hinteren. Die halte ich für wichtiger. Wird eh nicht viel reichen, wird glaube ich nur für zwölf Stück reichen. Ich glaube es wird mal Zeit für einen vernünftigen Stadtbesuch. Jo, das waren sie auch schon. 180 Stück. Was machen ich jetzt noch so lange? Wisst ihr was? Ich glaube ich gehe auch nochmal rüber in den Shotgun Laden, oder? War 14 Uhr, 15 16 17 18 kann ich in der Zeit noch irgendetwas sinnvolles machen? Was habe ich weggeschmissen hier? Ich haue mir jetzt Kaffee rein und versuche nochmal eben rüber zu kommen in die andere Stadt. noch ein bisschen Kaffee nehmen wir jetzt mit. So okay Erde komme ich gerade nicht drauf klar ich schmeiße das mal eben alles in meine Müllkiste das räume ich dann ein anderes Mal auf finde ich gerade besser wenn ich das so mache den T lasse ich hier die Gläser ich lasse das mal alles hier Pipe Bombs Pfeile die Magnum Munition lasse ich hier dann lasse ich auch was hier da reichen ja wohl wenn ich 128 Schuss mit habe die Schaufel brauche ich nicht die beiden Midipecks brauche ich so Pickaxe muss reichen ja komm geh runter 14.40 naja wenn die wirklich um 18.00 Uhr kommt ich frage mich gerade nur ob ich das schaffe in der Zeit rüber zu laufen bis was ist denn näher ich laufe mal in die Richtung wir werden ja sehen wie weit wir kommen sonst laufe ich rechtzeitig wieder zurück 14.50 bin ich losgelaufen da muss ich jetzt einfach nur mal ein bisschen drauf achten wann ich losgelaufen bin und wie schnell ich dann wieder zurück komme sonst kann es schwierig werden ich setze mir da mal ein Waypoint ich renne mich schon komplett in die falsche Richtung wie ihr seht und ich will um 18.00 Uhr muss ich wieder zu Hause sein sonst ist Essig weil da werden sie definitiv kommen ich meine aber dass ich seit der letzten Horde nicht mehr da war und gelootet habe bin mir da nicht ganz sicher ich muss ja einfach nur schnell rein in die Kisten greifen und wieder weg ich weiß nicht wann ich zuletzt da war vielleicht haut ihr euch auch die Hand vor die Stirn und sagt euch alle da warst du das müsstest du noch wissen hab ich gerade nicht auf dem plan ich will mal gucken ich weiß es nicht wann ich zuletzt da war aber wenn dann war ich vor der Horde da und nicht nach der letzten Horde dann müsste jetzt auf alle Fälle respawn gewesen sein zeitlich sieht das ganz gut aus so schaffe ich hin und zurück und das machen wir auch in dieser Folge noch weil ich mich jetzt sehr darüber geerrat habe dass ich einfach da Verwirrung gestiftet habe wann jetzt wirklich wo welche Horde kommt das ehrert mich ein bisschen also ist ja ziemlich blöder Fehler meinerseits davon einen ganz anderen Tag auszugehen verstehe ich auch gar nicht wie mir das passieren konnte eine lila Axt geil wie schön ist das hat sich ja jetzt schon gelohnt dass ich hier rein bin oh ein Sledgehammer cool auch geil erstmal alles alles klar weiter zum shotgun store und dann nach hause kaffee hält immer noch das ist nett den hirsch lasse ich jetzt erstmal hirsch sein der darf sich jetzt der darf einmal in seinem leben dafür hirsch sein hier nehme ich auch alles mit was hier so rum steht ich werde mich jetzt aber erstmal nur auf die Waffen verladern und mir nicht den medizinschrank medizinschrank dahin angucken inventar technisch geht es ja noch ok na ich wollte sagen kraft ich gerade noch was oder kann ich mir das erlauben ich versuche es mal ich höre Schritte ich glaube ich höre links was habe ich doch gar nicht so wenn der mich verjagt der hirsch jetzt muss ich hier aber weg ok ich lauf zurück ich würde sagen das war ein super geiler kurzausflug aber jetzt reicht es mir hier auch jetzt hab ich nicht echt nochmal an den spikes da na gut ok cool also ich weiß jetzt offen gestanden gar nicht genau was ich da alles aufgenommen habe aber das war auf alle fälle noch eine lila eine schaufel gut habe ich eine pickaxe das ist mal eine schöne sache also ganz ehrlich wer so ein toolstore nebenan hat hat ja schon fast gewonnen ich bin trotzdem mal gespannt wenn die alfa11 kommt werde ich vieles anders machen wenn die alfa12 kommt werde ich vieles anders machen und es könnte sein dass ich dann wirklich mal unter der erde baue das ist durchaus im rahmen des möglichen 16 29 so ich habe jetzt ein bisschen respekt vor dem was dann auch kommen könnte gleich so und dann gibt es aber definitiv in der nächsten folge gibt es die versprochene Nachthorde ich weiß nicht wie mir das passieren konnte ich werde es auch vorher in den öffnung kommentaren geschrieben haben schon das ist ja alles schon gelaufen ihr werdet euch bestimmt die hand vor die stirn zusammen hauen keine ahnung tag 27 wenn man nicht mit den fingern selber nachzählt dann wird das irgendwie alles nix naja ein paar meter habe ich noch zurückzulegen da bin ich mal gespannt wie weit mein metall oben ist munition habe ich die bäume wachsen ja auch schon wieder ganz kräftig bin ich mal gespannt wie weit meine schmiede oben ist werden wir mal gucken und ja jetzt sind quasi 24 Stunden rum es ist wieder 17 uhr und ich werde die nächste folge dann wohl mal damit anfangen dass ich sage leute jetzt müsste eigentlich jeden augenblick die horde kommen ok interessant so ok dann wir gucken wir mal zusammen wie viel metall wir jetzt haben ja da kann man schon ein bisschen was mit machen ich sort hier mal die waffenteile ein und wir sehen uns in der nächsten folge dann wieder ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid und dann geht es hier auch wirklich weiter ja ein sledgehammer coole sache eine grüne firex haben wir hier noch und ok so dann sortiere ich nochmal eben schnell und bis zum nächsten mal bis morgen tschüss